Wer im Studium Erfolg hat, ist intelligent. Falsch. Wer im Studium erfolgreich ist, hat lediglich die richtigen Systeme entwickelt. Lernen ist eine Fähigkeit, die du verbessern kannst. Mit einer effektiven Produktivitätsstrategie, sorgfältig eingespielten Gewohnheiten und der nötigen Konsequenz bist auch du in der Lage, die Noten zu bekommen, die du dir wünschst. Fühlst du dich überwältigt vom Lernstoff oder bist frustriert über deine bisherigen Noten? Dann bleib unbedingt dran. Denn in diesem Video erfährst du, mit welchen 5 simplen Schritten du einen Lernplan erstellen kannst, mit dem du trotz vieler Prüfungen in kurzer Zeit Bestnoten erreichen kannst. Und das, indem du nicht mehr lernst, sondern zielführender. Und damit herzlich willkommen bei Shrive. Bevor wir starten, abonniere unbedingt noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level bringen können. Schritt Nummer 1 Lernplan erstellen und befolgen Erstellst du einen Lernplan auf Papier in deinem Kalender oder Evernote, hast du 80% der restlichen Studis schon etwas voraus. Der Normalfall sieht doch so aus. Das Datum der Prüfung ist seit Monaten bekannt, doch die Prüfungsvorbereitung beginnt genau 7 Tage vorher. Und da ist dann auch noch ein Wochenende dazwischen. Ups. Zu diesem Zeitpunkt ist eine systematische Planung gar nicht mehr möglich und es wird einfach so viel Stoff in kurzer Zeit aufgesaugt, bis der Lüfter deines Laptops aus allen Rohren pfeift. Jetzt hast du die Chance, diesmal alles anders zu machen. Du erstellst einen Lernplan, in dem du alle aufkommenden Termine und Überschneidungen einplanst, dein Vorgehen systematisierst und an diesem Plan festhältst. So hast du die Chance auf bessere Noten schon um ein ganz großes Stück erhöht. Schritt Nummer 2 Beginne zweimal früher als sonst. Ich möchte dich mit großväterlichem Rat wie Fang so früh mit dem Lernen an wie möglich weitestgehend verschonen. Aber ich bin Wissenschaftler. Und wenn du dir mal überlegst, wie das Gehirn funktioniert, dann brauchst du definitiv mehr Zeit, um Inhalte aufzuarbeiten, zu wiederholen und zu verfestigen. Besonders wichtig für die zeitliche Dimension deines Lernplans sind zwei Dinge. Erstens der Spacing-Effekt. Das bedeutet das Streuen der Lerneiheiten über einen größeren Zeitraum. Warum das so wichtig ist, kannst du auch in meinem Video dazu nachschauen. Hier oben rechts. Basierend darauf meine Empfehlung für deinen Lernplan. Mache dir eine Übersicht der noch freien Tage bis zu deiner letzten Klausur. Mir hilft es extrem, wenn ich einen solchen Plan einmal komplett überblicken kann. Dazu kannst du zum Beispiel einen großen Wandkalender nehmen oder ein Blatt, auf dem du den gesamten geplanten Zeitraum auf einen Blick in Boxen oder sonstige Einheiten aufteilst. Beginne jetzt mit dem ersten Tag deines Lernplans. Nicht in der Zukunft oder am nächsten Montag, sondern jetzt. Wenn du jetzt die Zeit hast, ein Video zum Lernplan erstellen zu schauen, dann sollte dein Lernplan auch genau jetzt beginnen. Und zweitens Batch Processing. Wenn du weißt, wie ein Computer funktioniert, dann kannst du dir davon einiges abgucken. Scheinbar arbeitet ein Rechner an vielen Dingen gleichzeitig. Textverarbeitung im Browser und der Rapsong auf Spotify, von dem du nie zugeben würdest, ihn zu hören, laufen alle gleichzeitig. Doch ein Prozessor verarbeitet alle Befehle in festgelegten Paketen, eins nach dem anderen. Ich möchte, dass du in deinem Lernplan feste Arbeitspakete vergibst, die einem bestimmten Fach- oder Themengebiet zugeordnet sind. Einfach nur Lernen oder Lernen für BWLA einzutragen, wird dir keine Hilfe sein. Schritt Nummer 3. Reduziere deine Entscheidungsenergie. Definiere also die Inhalte deiner einzelnen Lerneinheiten. Platziere sie so, dass du zu Beginn möglichst viel Lernstoff kennenlernst und ab der Mitte des Lernplans nur noch Wiederholungseinheiten hast. Und zwar viele davon. Außerdem solltest du die Zeiten definieren, welche die Arbeitspakete begrenzen. Also den Anfang deiner Lerntage und auch das Ende. Eine durchgemachte Nacht oder 16-Stunden-Tage helfen nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Eher rauben sie dir die Energie für alles, was folgt. Wer eine Nacht zum Lernen durchmachen muss, sollte nicht stolz darauf sein, sondern sich für seine miserable Planung schämen. Definiere außerdem den Ort, an dem du lernst. Er muss drei Kriterien erfüllen. Er sollte frei von Ablenkungen sein. Meistens sind das Bildschirme, Personen oder die gewohnte Umgebung. Und zweitens, du musst dich wohlfühlen. Um eine Lerngewohnheit zu etablieren, muss die Lerneinheit so attraktiv wie möglich gestaltet werden. Kann dir dieser Ort nach der Lerneinheit eine Belohnung geben? Und drittens, Ruhe ist das A und O. Und der absolute Game-Changer sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Das Ziel beim Lernplan erstellen sollte folgendes sein. Jeden Morgen nach dem Aufstehen wirfst du einen Blick auf deinen Plan. Und du weißt sofort, was zu tun ist. Du musst dir keine Gedanken machen, wie viel, welche Themen und wo und wie du sie an diesem Tag lernen musst. Alles ist geplant. Hältst du dich an dem Plan, kannst du sicher sein, bestmöglich vorbereitet zu sein. Wäre das nicht ein befreiendes Gefühl? Viertens, wandle deine Mitschriften in Fokus-Fragen um. Egal ob mündliche Prüfung oder Klausur. In der Regel werden dir Fragen gestellt. Allerdings sind die Lerninhalte nicht als Antworten aufbereitet. Das heißt, es obliegt deiner Eigenleistung, die Inhalte in präzise Antworten umzuwandeln. Die Fragen sollten eine möglichst klare Antwort ermöglichen. Also nicht zu offengestellt sein. Anstatt für diesen Fragenkatalog zum Lernen einige wenige Fragen zu entwickeln, stell lieber ein paar mehr Fragen, die eine kürzere Antwort erfordern. So kannst du bessere Abstufungen treffen, was du bereits drauf hast und was nicht. Ein Goldschart sind natürlich Musterklausuren, Probeklausuren und Übungsaufgaben. Hast du diese nicht vorliegen, dann entwickle deine eigenen Fragen. Mit diesem Katalog hast du die perfekte Grundlage für die Wiederholung des Stoffs. Schritt 5 – Integriere Mini-Referate für dich selbst Du sitzt an deinen Lernunterlagen und liest in aller Stille die Inhalte. Und nochmal, und nochmal. Kommt dir dieses Vorgehen bekannt vor? Genau, denn so lernen die meisten. Aber das ist alles andere als optimal. Diese passive Art zu lernen ist eine Möglichkeit, die Inhalte kennenzulernen. Doch es gibt darüber hinaus noch viel effektivere Methoden, um sie zu verinnerlichen. Indem du eine aktive Art des Lernens kultivierst, wirst du den entscheidenden Schritt nach vorne machen. Kyle Newport, von dem ich ein großer Fan bin, hat in seinem Buch How to become a straight-A student eine Methode berühmt gemacht, die sich Chris in Recall nennt. Diese Methode in Gänze vorzustellen, springt den Rahmen dieses Videos. Jedoch ist der springende Punkt, die Wiederholung der Inhalte durch Vortragen zu fördern. Plane also in deinen Wiederholungssessions am Ende ein Fenster für diese Mini-Referate ein. In diesen Mini-Referaten übst du, die Antworten auf deine Fokusfragen auf den Punkt vorzutragen. Was du nicht erklären kannst, bzw. wofür du keine Worte findest, wiederholst du weiter intensiv. Je mehr du über die Inhalte sprichst, desto deutlicher wird dir selbst, wie sehr du sie begriffen und verinnerlicht hast. Wenn du diesen Schritt noch weiter treiben möchtest, dann schau dir mal die Feinmann-Technik an. Diese funktioniert ganz ähnlich, allerdings brauchst du dafür mindestens einen Lernpartner oder eine Partnerin. Das waren meine 5 bescheidenen Schritte für einen durchdachten Lernplan. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Bitte schreib mir dein Feedback und deine Fragen in die Kommentare und abonniere den Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Jetzt aber viel Erfolg und sagenhafte Noten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.